Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Wir haben heute mal wieder einen Gast mit bei uns im Podcast und ich freue mich heute ganz, ganz besonders, dass er mit dabei ist. Das ist der liebe René Nollau. Hallo René, wie geht's dir? Hallihallo, sehr gut, danke. Das freut mich hier zu sein. Ja, ich mich auch. Ein paar Worte vielleicht vorweg. Ich habe mir überlegt, dass es, glaube ich, für viele da draußen interessant sein könnte, mal so ein paar Geschichten aus dem Leben eines privaten Traders zu hören. Wir haben ja schon viele, viele Gäste bei uns aus der Trading-Branche dabei gehabt, darunter irgendwie alte Hasen, die das Ganze schon 30, 40 Jahre machen. Und die so aus den verschiedensten Sparten, Broker, Retailer, was auch immer, gekommen sind. Und neulich machte mich mal jemand so aus dem Kundenkreis, aus unserem Kundenkreis darauf aufmerksam, dass es ihn vielleicht auch mal so im Rahmen des Podcasts interessieren würde, so ein paar, ja, realistische Geschichten von realistischen Tradern zu hören. Und da hat sich der liebe René hier freundlicherweise bereit erklärt, aber René ist nicht nur deshalb so meine persönliche erste Wahl gewesen, sondern, das können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal ein bisschen anteasern und ankündigen, René arbeitet seit, ja, mittlerweile ein paar Monaten fest mit uns zusammen. René ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Teams geworden und ich freue mich unglaublich, dass René mit dabei ist und unser Team hier bei uns in der Sparring Academy verstärkt, mir tatkräftig unter die Arme greift, was sowohl die Arbeit im Discord angeht, also bei uns auf der Kundenplattform. René beantwortet viele, viele Kundenfragen, mindestens genauso gut, wie ich das mache. Und auch, sage ich mal, eine gute helfende Hand ist, wenn es darum geht, so ein bisschen die Zukunft zu planen und perspektivisch zu gucken, wo für uns denn so die Reise hingehen soll. René, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wer bist du, woher kommst du, was machst du, warum bist du? Sehr, sehr gerne. Ja, also René Lollo mein Name, bin 33 Jahre alt und bin hauptberuflich Führungskraft bei unserem Wasserversorger hier in Leipzig. Also man hört es vielleicht, aber das hat man ja vorher schon gesagt, aber jeder, der den Podcast hört, der kann, denke ich, schon gut mit Dialekten etwas umgehen. Nein, nein, genau. Und bin jetzt seit gut zwei, zweieinhalb Jahren im Trading mehr beschäftigt. Hab mir vor drei Jahren, bin ich so das erste Mal mit dem Thema Finanzen in Kontakt gekommen. Corona-Krise, gab es ja einen größeren Boom, sage ich mal. Alles, was das Thema anbetrifft, alles ist gefallen und viele haben die Chance gewittert, dort mal einzusteigen. Und da war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ganz interessant, was da passiert. Schauen wir uns das doch mal an. Und bin dann eher am Anfang im passiven Investment halt reingegangen. ETFs, ETC, die Neobroker sind da gerade ein bisschen aus dem Boden geschossen. Und hatte sogar ganz am Anfang noch mit einem deutschen Institut zu tun, wo ich mir dann die Gebührenstruktur im Nachhinein angeschaut habe. Und mir dachte, da klein anzufangen, ist da schwierig. Und da gab es halt einen guten Einstieg. Und habe dann, wie gesagt, im Juni 2020 dann irgendwo angefangen. Habe dann auch angefangen, mich dafür zu interessieren, was passiert da eigentlich, wie läuft das. Und bin dann auf deinen Podcast und auf dein Buch gestoßen. Habe mir mehrere Sachen angehört, aber hatte irgendwie bei dir das Gefühl, dass du das sehr einfach, aber trotzdem kompliziert erklärst. Es war halt sehr, sehr viel Wissen, was man gemerkt hat, was da im Hintergrund ist. Und dass du sehr viel Erfahrung aus dem Bereich schon mitgebracht hast. Und das hat einfach Lust auf mehr gemacht. Damals ja noch aktiv mit Konstantin. Und fand das halt ein tolles Duo. Und es hat mir Spaß gemacht, zuzuhören. Und habe mir dann auch in der Zeit einfach, wo es um das Thema Investment ging, natürlich nicht bloß irgendwo Gelder rein investieren, sondern auch in sich selber investieren, mir Gedanken gemacht. Und habe dann halt irgendwann gesagt, also eigentlich genau im Juni 2022, zu meinem Geburtstag, ich investiere jetzt in mich und ich möchte jetzt deine Ausbildung machen. Und ja, dann hatten wir ein Gespräch, beziehungsweise habe ich ja erst mal einen Gesprächstermin vereinbart, was eigentlich mit Konstantin sein sollte. Und auf einmal saßt du da kurzfristig und habe da halt ein super gutes Gefühl gehabt. Und es hat mir Spaß gemacht. Und du hast mir genau das vermittelt, was ich hören wollte. Und fand das gut, dass du dich da irgendwo mit uns oder mit den Leuten so intensiv austauschst und dann auch, ich sage mal, deine Einschätzung gibst, ob das wirklich sinnvoll ist oder was du dazu sagst. Das hat mir auch ein gewisses Qualitätsmuster gezeigt, dass das halt eine Leidenschaft ist für dich und nicht einfach nur irgendein Business. Und genau. Ich habe dann angefangen mit den Videos. Ich dachte mir erst mal, oh mein Gott, ist ja doch schon eine ganz schöne Menge. Wie du auch gesagt hast, fang mit dem Kurs an und dann da rein und da rein. Und war dann im Flow und habe dann alles durchgeschaut und auch nochmal durchgeschaut, wie du auch gesagt hast. Weil beim ersten Mal vergisst man dann die Hälfte, beziehungsweise versteht man nicht alles. Und dann fing es an. Dann fing es an, das erste Mal eine Software runterladen, intensiver mir das ganze Sache anzuschauen. Damals noch unter Sierra Chart. Ja, als ich das geöffnet habe, war natürlich auch erst mal schwierig. Oh ja, Sierra Chart war wirklich damals der Endgegner. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, so an die Anfangszeit. Das hatte ich mir auch wirklich alles anders vorgestellt. Wir haben mit Kurs 4 gestartet. Kurs 4 war so ein bisschen der Nachzügler bei uns, also die Daytrading-Ausbildung. Und wir haben den Kurs veröffentlicht, ich glaube, gut ein Jahr später oder fast anderthalb Jahre später als den ersten Kurs, den ETF-Kurs. Und so in den ersten Monaten habe ich gefühlt nur Support für Sierra Chart gemacht. Wo finde ich diese Funktion? Wo finde ich jene Funktion? Eine Linie ist weg. Was kann ich machen? Hilfe. Alles zerschießt sich. Alles ist kaputt. Also Sierra Chart, ich habe vorher lange mit Sierra Chart gearbeitet. Und Sierra Chart ist wirklich eine tolle Software. Ja. Läuft stabil wie ein Uhrwerk. Und ich glaube, einige von euch, die dann schon tiefer in der Materie drin waren, haben Sierra Chart auch so ein bisschen eine Zeit lang vermisst. Aber es ging einfach nicht klar. Die Jungs hatten keinen Support da, keinen richtigen. Wenn man sie erwischt hat, dann waren die materisch unfreundlich. Und das Problem war einfach zu komplex, gerade für Anfänger, sodass wir dann gesagt hatten, wir müssen dann den Softwareanbieter wechseln. Was mich jetzt gerade überrascht hat, ist, als du meintest, Juni 2022 bist du zu uns gekommen. Ja. Genau. Gefühlt bist du schon viel länger bei uns. Gefühlt bist du schon seit drei Jahren irgendwie bei uns. Und wir kennen uns schon ewig. Das ist witzig. Ja. Es ist natürlich viel Zeit, was du halt investierst und wie man dann zusammen irgendwo Zeit verbringt. Ich meine, deine wöchentlichen Seminare und dann jetzt natürlich immer noch die Morgenanalyse. Dann sind es natürlich schon einige Stunden und dann schreibt man und es kommt einem wirklich ewig vor. Ja. Es ist ganz interessant, also auch für mich so, dadurch, dass ich diese wöchentlichen Seminare mache und natürlich morgens halt noch immer die Streams mit den Leuten. Klar, man baut natürlich schnell eine Beziehung zueinander auf. Und witzigerweise so die Nettozeit, die man miteinander verbringt. Also ich habe mit euch und den Kunden allgemein, habe ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre, weitaus mehr Zeit verbracht als so mit meinen Schwierfreunden oder so. Das ist wirklich so. Ja, ja. Aber es ist auch total nett, dadurch, dass wir das, ich denke, das ist ein großer Faktor, der da eine Rolle spielt, dadurch, dass wir wirklich nur diese fünf Leute im Monat aufnehmen, kennt man halt auch die Leute, die im Kurs sind, zumindest die, die dann auch präsent sind und sich einbringen und an den Webinaren teilnehmen. Und klar baut man schnell irgendwie eine Beziehung zueinander auf. Und ja, also ich würde auf jeden Fall mittlerweile schon den einen oder anderen auf jeden Fall aus der Ausbildung so zu meinen Freunden zählen und will die Leute nicht mehr missen. Das ist echt schön. Ja, total. Man baut da echt gut eine Bindung auf und es macht auch Spaß, weil das war nämlich auch ein Problem bei mir. In meinem Freundeskreis oder Familie war das Thema Investieren oder Finanzen einfach gar kein Thema. Das war eher noch so, sei mal vorsichtig und so typisch halt, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich schon schön, wenn man irgendwas lernt oder irgendwo Erfolge hat oder Misserfolge hat, die mit irgendjemandem zu teilen, der das dann auch irgendwo versteht und sich da einfach auszutauschen. Und das hat mir sehr, sehr gefehlt am Anfang, wo du ja auch immer gesagt hast, unterhaltet euch, sucht euch zusammen, macht was zusammen, tauscht euch aus. Und das war für mich auch ein großer Treiber, dann in der Community einfach aktiver zu werden und auch den Leuten das mitzugeben, weil es mir halt unglaublich geholfen hat. Also sich auszutauschen und dort zusammen einfach was zu schaffen und zusammen Spaß zu haben, das war einfach, ja, das hat einfach Spaß gemacht und habe jetzt schon mit einigen Leuten in der Community da einfach regelmäßigeren Kontakt gehabt. Und es fühlt sich einfach an, wenn man sich zu unseren Seminaren trifft, als wenn man abends an den Stammtisch kommt und mit den Leuten ein bisschen schnackt und dann auch gerne mal noch eine halbe Stunde oder Stunde hinten dran bleibt und sich so fragt, hey, wie geht's und was läuft. Und auch nicht nur über das Trading, sondern einfach da eine schöne Zeit hat und eine Community hat, mit der man sich austauschen kann und das macht einfach Spaß. Und das war dann auch der Punkt, drei Monate oder vier Monate später, ich glaube, es war September oder Oktober, gab es ja da, also 22, gab es ja dann den Deep Dive in Hamburg, den ich besucht habe, also das Vor-Ort-Seminar, was mir ja auch unglaublich viel Spaß gemacht hat und dich dann auch persönlich kennenzulernen und Marni persönlich kennenzulernen. Und da, wie sage ich mal, hat es dann, spätestens da hat es gefunkt, dass ich gedacht habe, ja, das macht einfach Spaß mit denen irgendwo zusammenzuarbeiten und sich da irgendwo auch zusammenzuentwickeln, weil man auch bei dir, bei euch gemerkt hat, ihr habt Lust, ihr habt Lust, das ganze Zeit weiterzuentwickeln und das mit Leidenschaft zu machen. Und da ist man natürlich irgendwo gerne einen Teil davon. Und das hat man einfach gemerkt, dass ihr uns da mitnimmt. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ich hier ein Teil davon sein kann. Unbedingt, unbedingt. Ist tatsächlich so, was du gerade gesagt hast. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren irgendwie dabei, seit drei Jahren machen wir die Schule und ich glaube, mein, ich habe längste Zeit meiner Trading-Karriere eigentlich mehr oder weniger immer dasselbe gemacht. Und ich glaube, mein Trading-Stil hat sich noch nie so rasant auch für mich persönlich entwickelt und nochmal durchaus auch verändert, so wie in den letzten drei Jahren. Weil klar, in dem Augenblick, wo du anfängst, irgendwas zu unterrichten, musst du dir natürlich Konzepte überlegen, wie vermittelst du das und wie machst du es den Leuten möglichst leicht. Und das kann ich jetzt mal so für mich aus dem Nähkästchen gesprochen auch sagen, das ist für mich die absolut größte Herausforderung. Habe ich auch neulich gerade mit einem anderen Kunden von uns, liebe Grüße an Christoph, ein längeres Gespräch darüber gehabt, was glaube ich auch so für mich die größte Herausforderung ist. Das ist einfach, ja, doch komplexe Themen und Strukturen möglichst verdaulich irgendwie beizubringen. Und das ist nicht immer einfach, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade jetzt dadurch, dass einfach nochmal viele Faktoren jetzt so über die Jahre dazugekommen sind, Stichwort Gamma-Levels oder so, was wir jetzt mit dazu genommen haben, Dark Pools, all diese Dinge, die bieten natürlich einen Riesenmehrwert irgendwie. Aber wenn du jetzt als neuer, unbefleckter Trader irgendwie so da reinkommst, dann ist das, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack als damals, als wir mit dem Kurs angefangen haben. Da kommt einfach ein Riesenballen an Informationen erstmal drauf zu. Und ich muss den Leuten da aber so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, okay, passt auf, es ist jetzt einfach viel. Lasst euch drauf ein, macht Schritt für Schritt, macht ruhig, macht euch keinen Druck. Und saugt das einfach Stück für Stück über die Zeit auf, ihr habt genug Zeit. So, das ist einfach so. Aber ja, es ist auch für mich interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und verändert und durchaus auch rasant entwickelt. Ich freue mich jetzt riesig, kann ich an der Stelle schon mal ankündigen. Ich habe vorgestern das Skript fertig bekommen für unseren neuen Kurs, der bald erscheinen wird. Das wird diesmal keine Ausbildung, sondern ein reiner Online-Kurs und für unsere bestehenden Kunden in der Daytrading-Ausbildung eine Kurserweiterung. Die werden das alle kostenlos dazu bekommen über das ganze Thema Dealer-Hedging, Gamma-Levels, Wander-Levels, Charm-Levels, wie man das Ganze richtig nutzt und was das eigentlich ist. Ist ein gigantischer Kurs geworden. Hätte ich nie gedacht, dass der so, ja, doch noch ausufert und ausartet. Aber das ist genau das Thema, das ist einfach so komplex und ich habe mir große, große Mühe gegeben, das möglichst in kleinen Häppchen und leicht verdaulich, möglichst leicht verdaulich einfach zu zeigen. Ja, kann ich auch bestätigen. Also ich freue mich drauf, habe mir ja das Skript mal angeschaut und habe es auch unterschätzt. Du hast noch dazu geschrieben, ist ein ordentlicher Batzen, schaust dir in Ruhe an. Ich dachte mir, naja, mal am Wochenende kurz reinschauen und dann passt das schon. Aber ist natürlich auch, ja, ich sage mal, sehr intensiv, was da drin besprochen wird. Gerade wenn man jetzt noch nicht mit dem Thema Optionen zu tun hatte, ist das erstens, finde ich, ein schöner Einstieg, weil dann einfach die Verbindung, der Übergang gut da ist zu dem Thema. Aber auch natürlich sportlich da irgendwo, wenn man damit einfach noch keine Erfahrung groß gesammelt hat. Ich hatte ja auch in den letzten Jahren unseren Kurs des Optionshandeln etwas vernachlässigt, weil ich gesagt habe, okay, dadurch, dass ich das nebenberuflich mache und abends meine zwei, drei Stunden habe, die ich trade, möchte ich einfach die Zeit dort intensiv investieren und habe mir das immer gerne mit angehört, aber ja, dann eher, ich sage mal, aus der Vogelperspektive. Und hat aber jetzt gerade, weil diese Verbindung einfach da ist, umso mehr Spaß gemacht, sich da reinzulesen und zu schauen, ah, okay, das Verständnis ist jetzt mehr da. Und dann kann man auch die Verknüpfung entschließen. Und da finde ich, das ist eine tolle Verbindung, die man einfach da schafft zu diesen zwei Themengebieten, sage ich jetzt mal. Weil wir einfach, ja, einfach miteinander reinspielen. Und ja, das macht Spaß. Da freue ich mich schon drauf. Weil du es gerade ansprichst, vielleicht mal so ein kleiner praktischer Tipp von mir an dieser Stelle, weil die Frage auch häufig kommt, was soll ich machen? Swing Trading, Day Trading oder beides oder so. Also auch da hat sich unser Konzept über die Zeit lang aus gutem Grund verändert. Wir hatten am Anfang so, war meine, war meine Grundidee, dass die niedrigeren Kurse immer in den höheren Kursen mit inklusive sind. Unter anderem halt auch die Swing Trading Ausbildung dann in der Day Trading Ausbildung. Und wir machen das Ganze dann über sechs Monate, wo wir festgestellt haben, überfordert die Leute maßlos. Und wir haben dann auch oft das Feedback gekriegt, so ja, ich will jetzt aber gar nicht Swing Trading lernen. Ich will Day Trading lernen. Warum soll ich jetzt für den Swing Trading Kurs mitbezahlen quasi? Was ich nachvollziehen kann, wo wir gesagt haben, so nee, macht so keinen Sinn. Die Leute sollen sich auf einen Bereich erstmal spezialisieren. Und da haben wir dann auch die Ausbildungszeit verdoppelt auf zwölf Monate. Was wir gesagt haben, man kann sich dann wirklich erstmal intensiv auf eine der beiden Sparten konzentrieren. Und das würde ich euch mit auf den Weg legen, auf den Weg geben. Konzentriert euch erstmal wirklich auf eine Trading Disziplin und lernt diese richtig. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, weil sonst seid ihr einfach mit einer zu großen Flut an Informationen konfrontiert. Und klar, Swing Trading und Day Trading haben irgendwo viele Parallelen, aber es sind doch zwei sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze ans Trading, die nicht immer unbedingt Hand in Hand gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, dass ihr einmal in euch geht und euch überlegt, was passt zu mir, zu meiner jetzigen Lebenssituation. Bin ich zeitlich sehr, sehr eingebunden, sehr, sehr stark eingebunden, dann ist vielleicht Swing Trading eher die richtige Disziplin. Oder aber interessiert mich Day Trading einfach tierisch und ich will im Leben nichts anderes lernen außer Day Trading, dann ist das sicherlich so die richtige Herangehensweise. Also René, mal eine Frage, was mich interessiert so damals, du sagst, du bist ja jetzt noch gar nicht so lange dabei. Ich meine, dreieinhalb Jahre sind schon eine Stange an Zeit, aber du bist ja damit noch relativ frisch mit im Börsenhandel dabei. War es so einfach das Interesse an der ganzen Thematik oder hattest du für dich damals auch so einen, ich sage mal, so einen emotionalen Grund, warum du dich mit der Börse beschäftigen wolltest oder mit dem Trading beschäftigen wolltest? Was war da für dich so der Beweggrund? Also, wie gesagt, ich habe jetzt vor ein paar Jahren den Jobwechsel gemacht, hatte dadurch auch finanzielle Möglichkeiten, wo ich einfach gesagt habe, jetzt möchte ich damit auch was machen. Sparbuch ist jetzt vielleicht nicht der way to go, da was draus zu machen. Und dann, ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Gamer. Und ja, da war das irgendwie, hatte ich das Gefühl, so eine Parallele. Also, das soll jetzt nicht aufs Gambling, aufs Game hinspielen, sondern allgemein auf den Umgang, also Software. Und dann bewegt sich was mit Zahlen und Hintergründe verstehen, Systeme. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich gut Muster erkennen kann und irgendwo da schnell einfach rankomme. Und nachdem ich das dann gesehen habe, YouTube und sonstige Sachen, dachte ich mir einfach, das schaue ich mir an und habe dann sofort Gefallen dran gefunden, hat mir Spaß gemacht. Und deswegen bin ich da intensiver reingegangen bei dem ganzen Thema. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also, wir haben ja mal vor etwas längerer Zeit, glaube ich, sogar eine Podcast-Folge über das Thema Gaming und Trading gemacht, weil ich immer wieder festgestellt habe, das ist eben nicht nur bei dir so, sondern bei ganz vielen anderen, die alle, die irgendwo einen Gaming-Hintergrund haben und das ist ganz wichtig, also das bitte nicht verwechseln jetzt mit dem ganzen Thema Gambling, was du gerade gesagt hast, aber so wirklich diesen klassischen Gaming-Hintergrund ist unglaublich vorteilhaft fürs Trading, so dieses analytische, strategische Denken. Und ich kann das nur unterstreichen, also ich bin selber immer Zeit meines Lebens Gamer gewesen. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Ich bin damals in der Top-Ten-Weltrangliste bei Age of Empires 1 gewesen. Das ist lange, lange her. Spätestens da hattest du mich, als du mir das erzählt hast. Auf jeden Fall. Das ist aber damals noch nicht so die ganz große Errungenschaft gewesen, weil die Community war sehr überschaubar. Von den 20 warst du noch im Top-Ten. Ja, ja, genau. Das waren so die Anfangszeiten vom Online-Gaming überhaupt. MSN Gaming Zone war das damals von Microsoft. Ganz groß auf jeden Fall. War eine schöne Zeit auch auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall alt. Aber sehr, sehr coole Zeit, ja. Nee, ähm, und, okay, alles klar. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen mit dem Gaming-Hintergrund und dem Interesse. Das hat durchaus viele Parallelen. So, jetzt die Frage aller Fragen. Du bist ja dann bei uns in der Ausbildung gewesen. Gingst dann immer nur bergauf? Weil ich denke, wir wollen ja den Leuten auch immer irgendwo hier ein realistisches Bild vom Trading und auch von solchen Trading-Ausbildungen und so vermitteln. Deswegen erzähl doch gerne mal so ein bisschen, wie das bei dir ablief. Sehr gerne. Weil ich muss immer schmunzeln. Also wirklich jeder oder so gut wie jeder macht diesen Weg durch. Und man sieht da immer so viele Parallelen und man denkt sich immer, könnte man das nicht irgendwie vermitteln, dass das vermieden wird. Aber ich glaube, es ist auch einfach sinnvoll, diesen Weg zu machen, um zu wissen, was nicht und was gut ist. Also angefangen mit dem Kurs, als ich den durch habe, hatte ich mir dann gesagt, okay, ich schaue mir mal an mit dem ganzen Thema Fremdkapital und beziehungsweise habe erst mal natürlich viel Zeit im Demokonto verbracht, im Replay und habe dort dann meine ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann mich vielleicht auch das ein oder andere Mal besser aussehen lassen, als es sollte im Demobereich. Ich habe dann doch ein bisschen gespult und so weiter und habe das dann aber schnell gemerkt und dachte mir, okay, ich bin jetzt profitabel im Demokonto. Das macht mir Spaß. Ich erkenne das und das ist für mich plausibel. Jetzt möchte ich gerne, ich sage mal, einen anderen Druck haben und habe mich dann in die Fremdkapitalwelt eingearbeitet und habe mich dort dann ausprobiert, habe aber grundsätzlich relativ wenig mit dem Oderflow am Anfang gehandelt und habe mir viel, ja, Fünf-Minuten-Kerzen angeschaut, habe viel aufs größere Bild geschaut, habe auf größere Strecken geschaut, um dort einfach ein eindeutiger Themen und Sachen zu sehen und bin dann, habe also mich verschieden durchprobiert, bin dann mal eher in die kurzfristigen Trade-Ideen gegangen, habe mir mal wirklich nur angeschaut, okay, was gibt es für Indikatoren? Hatte dann auch die Zeit, als mein Bildschirm nur noch geleuchtet hat und eine Linie über der anderen war und alles ausgeschlagen hat, das sowohl in beide Richtungen angezeigt hat, dass ich denn jetzt den Trade eingehen soll und das hat, glaube ich, auch jeder dann mal so die Indikatorenliste durchgedrückt und oh, das sieht aber auch interessant aus und ja. Und habe dann auch natürlich viele Tage gehabt, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Du dachtest, du hast es verstanden, hast dann aber gerade mal ein mentales Tief, ob im privaten Leben oder hier beim Trading und das ist einfach, das hat so viel Auswirkung aufeinander. Deswegen bin ich da sehr froh drüber, über das Thema, was Marni da so stark fokussiert, dass ihr da auch so Support gebt, dass einfach das Thema, ja, mental fit zu sein und Emotionen, dass die einfach eine riesengroße Rolle spielen und damit hatte ich lange, lange Probleme. Habe zwischenzeitlich auch gedacht nach einem Jahr, nachdem ich eigentlich fit war und super war und alles war toll und habe dann auch meine erste Combine geschafft und habe dann aber das erste Konto wieder in den Sand gesetzt, wo dann der Punkt war, hast du es jetzt vielleicht doch nicht geschafft, hast du es doch nicht verstanden. Wo ich dann auch Einzelgespräche mit Marni hatte, wo wir viele Themen durchgegangen sind, was ja jetzt ein bisschen, also es war noch so die Anfangszeit, jetzt muss man dazu sagen, ist Marni auch bei uns im Discord sehr, sehr aktiv und ist da für alle da und stellt da tolle Sachen und Übungen rein, was sehr, sehr gerne angenommen wird, wo auch schon viel, viel geholfen wird. Und genau dieses Tal hatte ich einfach durchgemacht und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo es mir, ja, das klingt ein bisschen komisch, aber wo es mir gar nicht so wichtig war, jetzt viel, viel, viel Geld zu verdienen. Also ich habe irgendwann akzeptiert, dass das viel an mir liegt, dass das viele Emotionen sind und dass, wenn ich aber Wochen habe oder Tage, wo mir alles gut gelingt und wo ich wirklich meine Emotionen rauslasse und wirklich rein, ich sage mal, statistisch rangehe, dass ich dann dort besser bin. Und habe mich auch lange, lange gescheut, wirklich eine gute Statistik und ein Tagebuch anzufertigen, auch wenn du das immer gepredigt hast. Und wenn ich es immer bei anderen gesehen habe und dachte mir, ja gut, das kriegst du auch schon so hin. Brauchst du nicht, das hast du alles im Kopf. Genau so ist es. Ich habe mir dann mal so einen Zettel gemacht und habe mir dann geschrieben, ja, der Trade war gut oder das war nicht so gut. Hat mir dann aber nicht so geholfen und habe dann wirklich intensiv mir Gedanken gemacht, habe mir Screenshots gemacht, habe mir dort meine Mankos hingeschrieben, habe mir dort die Ideen hingeschrieben, was wollte ich sehen, wo hätte ich welche Gelegenheiten nutzen können und wie weit hätte ich was machen können. War dann am Anfang dann auch wieder in dem Thema, was wahrscheinlich auch vielen so geht, in eine Riesentabelle, wo ich dann für einen Trade, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, den auszuwerten und man hätte das nie wieder irgendwo nutzen können, beziehungsweise um dann wirklich eine realistische Statistik irgendwo sich zu erarbeiten mit mehreren hundert Trades, hätte mich, ja, Jahre gekostet, was vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre. Aber das war auch der Punkt, wo es mich daran gehindert hat, dass ich in die, ja, einfach in das Overtrading reinzukommen, was auch natürlich ein Punkt war. Also ich muss da immer schmunzeln, wenn ich eure oder deine Podcasts höre, wie oft ihr darüber sprecht und ich denke mir, ja, genau so war es. Das ist verrückt. Und wie oft man das dann in der Community liest, dieses Overtrading, dieses FOMO, dann irgendwo zu schauen oder das schlechte Trading-Verhalten, wenn man jetzt zum Beispiel über Fremdkapital handelt, dass man dort auch schnell reinkommt, zu sagen, ja gut, wenn ich das jetzt halt mache, dann verliere ich halt 30, 40 Dollar, so davon, ja, wirst du jetzt nicht verhungern, aber das ist halt dann gefährlich. Und davon habe ich mich halt irgendwann gelöst und habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier wirklich meine Regeln und schaue mir das an und dann lief es, dann lief es eigentlich wirklich gut. Klar habe ich meine Tage, ich habe auch meine Wochen, wo es jetzt nicht gut funktioniert. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich eine Pause gemacht habe, einfach mal zwei Wochen nicht getradet habe, danach lief es auch wieder besser, weil ich einfach nicht in diesem Druck war, in diesem ständigen, okay, ich bin abends zwei, drei Stunden am Markt, ich muss jetzt hier noch traden, ich muss noch handeln, ich muss irgendwas machen. Ich habe es mir dann lieber einfach angeschaut und habe mir die Sachen gesagt, ja, habe mich dann natürlich danach geärgert, wo ich dachte, okay, das hast du jetzt eigentlich perfekt analysiert und du bist genau dahin gekommen, wo du hättest reingehen sollen und dann ging es schön auf. Aber letztendlich war es dann für mich auch ein Erfolg und habe dann gesagt, so macht das auch Spaß. Und meine Devise war dann auch einfach, wenn mir das keinen Spaß macht, wenn ich dann ungerne verliere, wieso mache ich das dann? Also nicht ungerne verliere, das ist eigentlich falsch, weil ich habe kein Problem damit, einen Verlierer einzufahren, wenn ich den begründen kann. Und auch das Thema, diese Themen zu teilen, diese Trades zu teilen, war für mich auch nochmal ein unglaublicher Treiber, dass ich einfach oftmals, wenn ich getradet habe, gesagt habe, das kannst du jetzt keinem zeigen, die zerreiten dich, wenn du das jetzt postest, da machst du dich selber zum Ei. Und dann habe ich mir einfach gedacht, gut, wenn du das nicht zeigen kannst, dann machst du das nicht. Dann tradest du einfach den Trade nicht. Und auch das Thema, nicht nur im Nachgang, sondern einfach auch vorher mir Geschichten zu erzählen, mir den Chart anzuschauen und sagen, so soll das jetzt passieren und das möchte ich. Und wenn das und das passiert, das ist negativ, aber da und da hört es für mich auf. Also einfach dann das zu sagen und zu sehen und dann nicht noch zu hoffen, ah nee, der kommt dann nochmal, das ist kein Problem. Auch gerne mal einen Stop verschieben, war auch natürlich dabei, der dann zwei, drei, vier Mal verschoben wurde und irgendwann war es dann zu spät. Also diese ganzen Themen, die muss man wahrscheinlich oder nicht alle, also es gibt ja Leute, da klappt das sofort und die sind da sehr diszipliniert, wo ich dachte, dass ich das auch bin. Die wenigsten, die wenigsten. Aber du bist einfach angespannt. Also das ist verrückt. Das ist kein Vergleich, ob man jetzt irgendwo im Demokonto oder so handelt und dann wirklich in dem Trade ist. Und selbst noch vor dem Trade, schaust du dir das an und denkst mir und sobald das Ding eingebucht ist, denkst du dir, oh mein Gott, was passiert jetzt und was macht der jetzt? Und gerade deswegen, sich vorher Gedanken zu machen, weil wenn du einmal in dem Trade bist, ist es super schwierig, das wirklich noch dir anzuschauen, was macht der jetzt und wo reagierst du? Deswegen vorher einen Plan machen und dann kann man einfach nur sagen, muss man sich natürlich anschauen, welcher Typ man ist. Ob man jetzt wirklich die Geduld hat, ob man größeres Risiko fährt, ob man, wie du auch immer sagst, den besten Preis bekommt oder halt die meisten Informationen. Auch diese Tal- und Berg- und Talfahrt bin ich durchgegangen, wo ich dann, wenn man dann doch fünf, sechs Treffer hat, dachte, ich bin schlauer als die anderen. Ich kann das alles erkennen. Das Tief ist kein Problem für mich. Und letztendlich bin ich aber einfach da rausgekommen, dass ich sage, nee, ich will mehr Ruhe einfach beim Trading haben und mehr Sicherheit und habe dafür dann lieber einen bisschen schlechteren Preis, aber habe dafür einfach weniger Verlierer und bin dadurch sicherer und dann auch dauerhaft einfach besser. Und ja, also das ist wirklich verrückt, dass man dann jedes Thema durchmacht. und was aber Spaß macht und was ich am Anfang so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass man natürlich irgendwo zu spät in das Thema reinkommt. Weil ich habe mir das halt eine Weile angeschaut und dachte mir, okay, wenn du jetzt anfängst, es gibt so viele Sachen, die du lernen musst und du kommst da gar nicht hinterher und ist denn das dann überhaupt noch die nächsten Jahre so oder wie verändert sich das? Aber dieser Wandel schon von den einzelnen Marktphasen, dieser Wandel von den Indikatoren, und dieser Wandel von den ganzen Themen, die da dazukommen, macht es einfach unglaublich interessant, dort weiterzuarbeiten. Und vielleicht ist jetzt auch gerade einfach eine Marktphase, womit du nicht klarkommst oder was schwierig ist für dich, dann schau dir das an und probiere Screening Time zu sammeln. Und der Markt verändert sich einfach so stark, habe ich zumindest das Gefühl, dass das wirklich, ja, manchmal passt es einfach und manchmal nicht. Dann haben wir ja noch die verschiedenen Märkte, wo man natürlich schauen muss, da ist es wieder unterschiedlich. Von den Zeiten, das ist sowieso das Thema auch bei mir gewesen. Deine morgendliche Analyse, die ist natürlich für mich, wenn ich abends 19 Uhr an den Markt komme, natürlich sehr wichtig, aber ich muss da noch mal einiges an Arbeit und Recherche reinstecken. Wie hat der Tag überhaupt darauf reagiert und wie sieht jetzt die Situation einfach aus? Weil sich natürlich dort über die Stunden und Pre-Cash-Session und allgemein, dann sind wir noch News am Tag, extrem bewegt. Also das hilft mir aber auch natürlich, die ganze Sache zu verstehen, dass ich nicht an den Rechner komme. Ich nutze oft deinen Service, deine Levels und deine Analysen, aber einfach so jetzt dann anzumachen und zu schauen, der geht an den Level und jetzt mache ich meinen Trades, wäre einfach fatal und das habe ich einfach oft schmerzlich gemerkt und deswegen habe ich mir dann angewöhnt und so fühle ich mich auch einfach sicherer, mir dann selber dort ein Bild zu machen und habe ja, oder ich sage mal, viele der Schüler sind ja schon, würde ich sagen, vormittags unterwegs. Es gibt wenige, die abends mit mir handeln, aber die interessiert es natürlich und da habe ich immer mal Leute dabei, wo wir uns dann noch abends unterhalten und die dann zum Glück sagen, ich schaue mir das mal gerne bei dir an und nicht dann einfach loslegen. Ich meine, wenn du noch Schüler bist, dann kannst du das auch einfach mal machen im Replay, dir dann abends das anschauen, aber du solltest natürlich auch immer schauen, wie verhält sich der Markt zu deinen Tradingzeiten, weil das, also das hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem Unterschiede macht von den Tageszeiten her. Unbedingt, ja, also kann ich nur unterstreichen, jetzt einfach nur einen Rechner anmachen. Also überhaupt, es ist man glaube ich gut beraten, sich einfach so die eigene Regel aufzusetzen. Die ersten zehn Minuten beobachte ich den Markt einfach nur und mache keinen Trade und mache mir erst nur einen Überblick, weil ich kenne das selber von mir tatsächlich auch. Ich mache morgens meine Analyse, so und dann setze ich vielleicht mich an einer späteren Stunde an den Markt und sehe gerade alles klar. Ich mache den Rechner an und der Markt ist direkt an einem meiner Level und hat da eigentlich, so mittlerweile bin ich ganz gut da drin, das zu sehen, der Markt hat ein gutes Setup gemacht. Ich mache es dann trotzdem nicht, auch wenn es alles gut aussieht, weil ich habe erst mal noch keinen Überblick darüber, was hat der Markt eigentlich heute gemacht, in welcher Phase befinden wir uns. Und das ist auch das, was ich den Kunden immer morgens sage, wenn wir unsere Analyse machen, ich gebe denen dann immer gleich so ein bisschen mit auf den Weg. Hier sehe ich eine Bullenzone, hier würde ich eher nach Longtrade suchen, wenn der Markt unter diese oder jede Zone kommt, würde ich eher nach Shorttrade suchen. Ich sage aber auch immer gleich, das ist jetzt die Bestandsaufnahme. Da haben wir auch gestern im Webinar viel drüber gesprochen. Das kann sich im Laufe des Tages einfach drastisch verändern. Es kommen neue News rein oder sonst was. Die ganze Struktur verändert sich und dann ist alles, was ich euch gerade erzählt habe, wieder völlig hinfällig und ich sehe die ganze Sache aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und den muss man natürlich auch erst mal bekommen, wenn man sich an den Rechner sitzt und sich einfach einen Überblick verschafft über die Märkte. Ja, ganz wichtig. Und als, ich glaube, den wichtigsten Tipp, was du vorhin angesprochen hast, den man den Leuten überhaupt nicht auf den Weg geben kann und das gilt für alle in der Ausbildung oder außerhalb der Ausbildung, wenn ihr einen Trade macht, überlegt euch tatsächlich immer vorher, könnte ich den jetzt in irgendeinem x-beliebigen Forum posten und den Leuten sagen, hier, das ist meine Trade-Idee, da stehe ich zu 100% dahinter oder ist das jetzt einfach nur Käse und ich will jetzt einfach nur traden. So, ich habe meinen Schülern immer gesagt, stellt euch, versetzt euch vor jeden Trade, den ihr macht, immer so ein bisschen in meine Lage, stellt euch vor, ihr seid Olli, ihr sprecht hier gerade irgendwie vor, keine Ahnung, vor einer Mannschaft an Leuten, die selber traden lernen wollen, könntet ihr vor diesen Leuten diesen Trade gerade rechtfertigen und würdet ihr den denen wirklich zeigen und wenn ihr zum Schluss kommt, nein, den würde ich weder meinen Schülern zeigen noch in irgendeinem Forum oder irgendeiner Community posten, dann lasst es einfach sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man den Leuten überhaupt mit auf den Weg geben kann. Ja, und halt auch das Thema, ich sage mal, wenn ihr jetzt nicht bereit seid, weil ihr einfach sagt, das ist mir nix irgendwo in die Community zu posten, obwohl wir da sehr, sehr offen sind, also auch selbst, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, okay, der ist jetzt nicht vielleicht ganz so gut gewesen oder postet es, wir schauen es uns an, schreiben gerne was dazu, aber auch immer gerne die Idee, warum, weil es gibt ja irgendeinen Grund, wenn ihr nicht sagt, okay, ich will jetzt hier einen Coinflip machen und wir schauen, was passiert, sondern wenn ihr irgendwo Sachen analysiert, dann postet das gerne und vielleicht habt ihr irgendwo einen, ich sage mal, Denkfehler oder irgendeine Interpretation, die wir anders sehen oder die andere anders sehen, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr das wenigstens zusammen macht, also ich hatte auch eine Zeit lang mit Marvin, Grüße gehen raus an der Stelle, viel, viel Kontakt, wo wir einfach jeden Tag uns ausgetauscht haben, wie war dein Trading Tag, was hast du gemacht, was hast du gesehen, wie sieht es aus und das hat mir auch unglaublich viel geholfen, dort mich einfach auszutauschen, deswegen aber natürlich in der Community ist es umso schöner, weil erstens lernen auch die anderen davon, von euren Fehlern oder von den Themen, die dann angesprochen werden, manch einer traut sich dann noch nicht, da irgendwo was zu posten, aber ich sage mal, das hat mir auch persönlich unglaublich viel geholfen, wenn jemand was gepostet hat und du hast dann besprochen, erklärt oder derjenige hat es dann nochmal besprochen, das dann wirklich zu sehen und auch sich da rein zu versetzen, klar kann man im Nachhinein oftmals sagen, ja, das wäre so und so gewesen, in der Situation ist es schwierig, das einzuschätzen, aber trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen und das hat mir auch nochmal einen großen Boost gegeben, sage ich jetzt mal. Ja. Also das klingt jetzt auch, das klingt jetzt auch so, dass ich mich hier abends jetzt an den Rechner setze und hier alles vergolde, so ist es natürlich nicht. Also auch jetzt setze ich gerne noch was in den Sand und auch jetzt setze ich auch mal noch eine Fremdkapital-Combine in den Sand. Das passiert, aber das ist für mich einfach ein Punkt, wo ich nicht sage, okay, ich zocke jetzt hier und will jetzt unbedingt mir was auszahlen lassen oder so, sondern für mich ist es trotzdem noch ein Invest. Ich weiß, dass das Thema Trading ein langes Thema ist und eine große Ausbildung und wie wir schon sagen, die zwei, drei Jahre, die ich jetzt hier drin bin, wenn ich mir da vorstelle, in einem Lehrausbildungsberuf, da bist du auch nach zwei, drei Jahren noch nicht so weit, dass du jetzt hier deinen Meister machst. Aber ich merke, wie ich einfach zunehmend das Thema verstehe und mich dafür auch immer weiter interessiere und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, dabei zu sein, mit der Community dabei zu sein, bei dem Thema dabei zu sein, euch zu sehen, uns zu sehen, wie wir uns entwickeln und ja, freue mich da einfach auf die Zukunft, freue mich auf Ende des Jahres, wenn wir unser Community-Treffen haben, die Menschen dort wieder zu sehen, kennenzulernen und einfach mit denen eine tolle Zeit zu haben und das ist natürlich auch meine Ambition in meinem Hauptberuf als Führungskraft, dort einfach Menschen weiterzuentwickeln und mit denen die Reise zu gehen und irgendwo zu schauen, die eigenen Erfahrungen widerspiegeln zu können, dass einfach dort dem einen oder anderen geholfen wird und ja, das macht mir einfach Spaß. Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dich mit an Bord haben, sowohl aus menschlicher Sicht als auch natürlich mit deinen Kompetenzen, die du mitbringst, auch als Führungskraft. Ja, ich freue mich auch riesig auf unser Community-Treffen im November in Dubai, wenn es Dubai bis dahin noch gibt, in Dubai, wirklich zwei Meter vor mir, tobt gerade der größte Regensturm, den Dubai je gesehen hat und es ist sehr, sehr beängstigend, muss ich sagen, wirklich, also ich kann jetzt wieder, ich kann jetzt wieder wirklich sagen, drei Meter weit gucken, aber vorhin war es wirklich, du konntest die eigene Hand vor Augen nicht sehen, hier ist, hier geht gerade die Welt unter, das ist echt krass, sowas habe ich noch nie gesehen im Leben. Und man muss dazu sagen, Olli kommt aus Hamburg, also er hat schon in einem anderen Regenschauer gesehen. Ich kenne Regen durchaus, die hier aber nicht, sobald hier drei Tropfen runterkommen, ist hier die ganze Stadt wirklich lahmgelegt, da kriegen die hier im öffentlichen Dienst alle frei, sobald es wirklich einfach nur nieselt, rastet die ganze Stadt hier völlig aus, aber diesmal ist es wirklich ernst, also das ist schon, hier geht es gerade richtig ab, aber morgen soll es wieder sonnig werden, 32 Grad, insofern freue ich mich sehr darauf. René, vielen, vielen, vielen tausend Dank, dass du Zeit hattest und dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Ich würde mich super freuen, wenn wir das vielleicht das eine oder andere Mal wiederholen können. Es gibt viel, viel zu erzählen und viel, viel zu besprechen. Sehr, sehr gerne. Und ich finde das super spannend, was du zu erzählen hast. Ich habe gerade, ich gucke gerade so ein bisschen hier auf die Uhr, ich habe gleich ein Beratungsgespräch mit einer alten Schulfreundin von mir aus der Grundschule, die ich seit 25 Jahren nicht gesehen habe. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. In diesem Sinne, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wie gesagt, wir freuen uns riesig, dass René mit im Team ist, dass er sich mit einbringt und dass auch unsere anderen Kunden in der Ausbildung von seinem Wissen und seiner Erfahrung, die er so die letzten dreieinhalb Jahre gemacht hat, profitieren können. In diesem Sinne nochmal Danke an dich, René und euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, erfolgreiche Trades. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuche uns auf www.sparing-academy.de Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs. Bis zum nächsten Mal.